Sumino Gaming Stuhl. Könnte sich der ergonomische Bürostuhl im Racing Stil für dich lohnen oder nicht? Darum soll es in diesem Video gehen. Das Amazon Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Schon seit einigen Jahren sind Zockerstühle sehr beliebt. Eigentlich jeder YouTuber oder Streamer verwendet sie, um damit komfortabel beim Gaming zu sitzen. Die haben sich tatsächlich sehr stark durchgesetzt über die Zeit in der Gaming Szene. Hauptsächlich darum, weil sie so gestaltet sind, dass man da besonders angenehm drauf sitzen kann. Vor allem natürlich durch die Extrakissen einmal im Nackenbereich und einmal im Lendenbereich. Da kann man sich sowohl mit dem Nacken als auch an der Rückseite gut anlehnen. Außerdem hast du die coolen Armlehnen und hier sogar noch so eine kleine Fußstütze. Das hat auch nicht jeder Gaming Stuhl. Und das hat sich insgesamt betrachtet einfach als eine komfortable Art und Weise des Gamings etabliert. Die Farbe von diesem hier aus dem Haus Sumino ist auch echt cool. Habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, diesen Grauton. Und auch der Schriftzug von Sumino und dieses kleine Logo, das sieht einfach echt cool aus. Also in Sachen Design definitiv ein Gaming Stuhl, der sich sehen lassen kann. Gerade zu dem Preis. Also da habe ich wirklich noch wesentlich teurere Modelle auf dem Markt gesehen. Aber klar, ob du jetzt sagst, das ist was für dich oder nicht. In der Tat deine freie Entscheidung. Und genau so, was haben wir denn hier noch? Wir können uns gerne ein paar Produkteigenschaften auch noch genauer anschauen. Freiheit für die Füße. Wenn sie nicht aufrecht sitzen möchten, könnten sie einfach die Fußstütze herausziehen, ihre Füße hochlegen, ihre Lieblingsmusik einschalten und den Komfort genießen. Ja, das ist doch super. So, die Rückenlehne des Stuhls kann von 90 Grad bis 150 Grad verstellt werden. Kann man sich also auch mal so ein bisschen zurücklehnen. So, Kopfstütze und Lendenkisten, das ist einfach super angenehm beim Gaming als komfortable Sitzgelegenheit. Und zusätzlich sieht dieser Gaming Stuhl sogar echt stylisch aus. Ja, würde ich preislich in den mittleren Bereich für Gaming Stühle einordnen. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Gaming Stuhl aus dem Hause Simino. Das Amazon Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit, viel Spaß beim Zocken, alles Gute und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.